Willkommen zurück bei Siedler 1, Mission 8. Leider immer noch Mission 8, aber ich glaube, das sage ich schon die ganze Zeit. Ähm, es ist was Schönes gerade passiert. Und zwar haben wir das Gebäude hier eingenommen. Haben wir es doch noch geschafft. Aha. Gut, gut. So soll es auch sein. Wir schauen uns die Statistik an. Jawohl, wir gehen hoch. Schauen uns gerade in diesem Part auch nochmal unsere Moral an, die ist bei 69%. Das ist natürlich sehr gut. Hier wird es, gestaltet es sich gerade als ein bisschen schwierig. Unten hier komme ich irgendwie nicht ran. Die sind ziemlich stark hier. Äh, aber wenigstens habe ich es hier nochmal geschafft, ein Gebäude zu einnehmen. Und ich denke, ich werde jetzt auch hier eine kleine Burg bauen, als kleine Provokation. Und zwar genau hier, ja. Ähm, weil wir haben auch wieder ein Steinmetz sozusagen. Oder mehrere sogar. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken, wo ich sie anbinde. Jetzt sollte ich hier vorne machen. Ne, jetzt kann ich ja direkt hier. Da kommen wir jetzt gleich das Material. So. Burg ist immer gut. Da leveln die Leute ziemlich schnell. Sagt man zumindest. Waffen haben wir auch. Für was habe ich das Ding hier gebaut, weiß ich auch noch nicht. Wird ja nichts hingeliefert bis jetzt. Ich habe eher gedacht, dass wir müssen auch hier runter, äh, das ganze Zeug liefern. Aber sowieso machen sie es nicht. Kann ich jetzt auch nichts machen. Nichts daran ändern. Okay. Da tragen sie Schilder rum. Einen Kreis. Gut, ich sage mal eine Grenz. Ähm. Da ist nur einer drin. Okay, da ist auch nur. Da sind zwei drin. Ich denke nicht, dass die sich jetzt noch trauen, mich anzugreifen, großartig. Ich hoffe es zumindest mal. Hier haben wir es leider nicht geschafft, aber es ist nur noch einer drin. Deswegen gehe ich gerade nochmal mit sechs Leuten ran. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Weil auf das hier bin ich scharf. Auf das Gebiet. Das möchte ich einfach nur haben. Da gibt mir nämlich wieder der ganze Zipfel hier. Ich kriege keinen Baumeister. Warum? Ist doch alles da. Aber warum fangen die hier nicht an mit Arbeiten? Hm. Das war eine gute Frage, ne? So, jetzt hoffen wir ja, dass es klappt. Dass ich hier den kleinen Zipfel einnehme. Das war ja natürlich ein richtiger herber Rückschlag für die hier, wenn sie das hier verlieren. Der Pinke ist für mich langsam nicht mehr relevant. Was Armeestärke angeht, ist er für mich langsam uninteressant geworden. Ich denke mal, gegen den habe ich auch jetzt eine gute Chance. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den schaffe. So, jetzt sieht es eigentlich hinten aus. Hier ist er doch voll besetzt. Das hier würde ich auch mal demnächst noch angreifen. Hey, der ist echt hartnäckig. Also wirklich. Ja, wenn ich auch mal gescheite Soldaten hätte. Irgendwie kommt da nur Müll. Aber okay, ich sag mal so, sie leveln. Ich glaube, das geht ja sowieso ein bisschen länger, das ganze Spiel, bis es nur mal Elite-Soldaten da sind. Die walzen sich ja schon mal im Gold, so wie es aussieht hier. Hier machen wir mal eine Verbindung. Da rüber. Was haben wir eigentlich an Materialien? Ich könnte hier noch eine Farm bauen. Oh, jawohl. Endlich. Yes. Ja, super. Jetzt werde ich erst recht hier eine Farm hinbauen. Warte mal, Straße hier. So. Dann würde ich natürlich noch eine Schweinefarm. So, das langt erst mal. Ah, eine Mühle baue ich noch irgendwo hin. Hier, grad hier so. Ah, wieso kann ich da nicht rüber bauen? Na? Was ist denn das für ein Scheiß? Äh, halt. Du, weg. Dann halt hier von da so rüber. Das geht aber. Okay. Jetzt wollen wir hier noch eine Verbindung. Einmal nach da rüber. Quer über den Berg. Hehehe. In die Richtung kommen wir auch. Aber super. Passt. Sehr gut. Siegerung. Jawohl. Das wird denen wieder ganz schön... Ist denn die Statistik... Oh, ja. Sieht gut aus. Schön. Hier kommt nix an. Kommt hier mal noch? Hm, auch nix. Aber hier läuft Hochkonjunktur. Außer bei dem hier. Da geht auch nix. Hehehe. Schade. Soll ich mal versuchen, mit sechs Mann mir das wieder zurückzuholen? Ich reskiere es einfach mal. Ach, kann ja nicht mehr schief gehen, wa? Was soll schon passieren? Hallo, ich habe bei YouTube wieder gesehen, dass die Videos etwas ruckeln. Äh, kann ich leider nicht ändern. Leider, leider, weil es fliegt an den Friends. Das Bild bewegt sich wahrscheinlich einfach zu wenig. Keine Ahnung. Äh, die Aufnahme ist schwierig. Ich habe 120 Frames am Laufen hier. Also mit dem Aufnehmen. Aber irgendwie, pff. Ich weiß nicht, ob man das dann wieder besser macht. Oder schlecht, aber ich kann mal versuchen zu erhöhen. Also, sorry, Leute. Aber es geht auch um Spaß. Ganz einfach, das alte Spiel zu spielen. Und es macht auch echt immer noch, immer noch riesen Spaß. So, jetzt hoffe ich, dass ihr den hier rumklatscht. Komm. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Gut. Jetzt hier haben wir gleich mal einen Weg wieder rüber. Ey, das war doch gerade echt vom Feinsten. Jetzt kann ich nämlich hier in dem Fall noch so ein Gebäude bauen. So ein, ähm, Lagergebäude. Das werde ich auch machen. So, eins. Ganz auf jeden Fall. Äh, ich ziehe auch mal einen direkten Weg hier runter. So. Und, äh, ein Weg, wenn es geht. Nee, geht nicht. Ähm, den hier mal kurz cutten. Einmal einen Weg, äh. Halt, 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 halt. Ich muss so bauen. Am, am Gebäude entlang. Einmal so. Jetzt kann ich theoretisch, nein, geht nicht. Scheiße. Ah, das Gebäude ist einfach kacke reingebaut hier. Ja, so geht's natürlich auch. Ach, so kann man's lassen. Dann kann ich eigentlich noch so rüber. Perfekt. Wenn ich dessen Weg hier noch mal abreiß, kann ich da noch? Nee, kann ich keins mehr. So. Gut. Ah, sie bringen hier mal Waffen her. Nein, wirklich. Eine von wie viel? Ah, weil hier alles verstopft ist. Das finde ich ja klasse, ne? So, das ist natürlich auch siegreich gewesen für mich hier. Das freut mich. Na, wo? Sie haben einen Siegerung. Ja, und jetzt was noch? Land verloren, wo? Ach ja, mein Gott. Gibt's Schlimmeres. Ich denke mal, die werden sich wohl nicht getrauen, nicht jetzt noch anzugreifen hier großartig. Weil es wird natürlich sofort mit dem Gegenschlag geantwortet. Oh, da bringen sie Material. Sehr gut. Brauchen wir alles hier unten nachher. Gut, sehr gut. Ich würde sagen, ich spreche hier noch mal ganz kurz. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao.